Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Herr Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Es kann und darf nicht sein, dass diese kulturlosen Pests in Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, Irren Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Was Sie wollen.